Windows-Programme auf Linux ausführen. Jeder hat sich darüber wahrscheinlich schon mal den Kopf zerbrochen. In diesem Video zeige ich dir alles, was du brauchst. Bleib dran! Und hier mit euch ein herzliches Willkommen. Ja, am Anfang gebe ich euch erstmal eine Übersicht, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe ja auch schon ein paar andere Videos zu dem Thema gemacht und dann zeige ich euch am Ende Wine und Play on Linux und wir machen das mit den Programmen 7-Zip und dem Elster-Programm für die Steuerabrechnung. Ich würde sagen, wir beginnen sofort. Einmal erstmal, falls ihr zum Beispiel versucht Microsoft Office zum Laufen zu bringen. Wenn ihr die 2013er Edition habt, dann könnt ihr damit ganz gut punkten. Ansonsten kann ich allen anderen Leuten, die Microsoft Office vermissen und nicht auf LibreOffice umsteigen wollen, ein anderes Programm und das nennt sich Softmaker Office. Ich mache da demnächst auch nochmal ein größeres Video zu und den Link dazu habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Falls ihr unter Linux Spiele spielen wollt und wissen wollt, ob es euer Spiel für Linux gibt oder unter Linux auch irgendwie ausführbar ist, auch wenn es nur für Windows gebaut wurde, dann könnt ihr das hier in Lutris eigentlich ganz gut anschauen. Zum Beispiel läuft hier direkt Overwatch zum Beispiel, Richard 3, Warframe, Battlefield 5, Elder Scrolls Online, alles mögliche. Dazu habe ich schon mal ein separates Video gemacht, das zeige ich euch nicht in diesem Video. Dazu kommt ihr, wenn ihr jetzt rechts oben auf die Infokarte klickt, dort kommt ihr dann zu diesem Video. Und für alle Gamer kann ich das Video nur empfehlen, falls ihr Lutris noch nicht kennt. Ansonsten, falls ihr andere wirklich top aktuelle AAA Spiele und aktuelle Enterprise Software wie zum Beispiel Photoshop oder andere bekannte Videoeditoren zum Beispiel auch zum Laufen bringen wollt, das kann relativ schwierig werden. Manchmal gibt es da bei ganz bestimmten Versionen vielleicht die 20 Hacks, womit das dann ganz passabel läuft. Aber ich kann euch erstmal so sagen, wenn ihr Enterprise Software professionell nutzen wollt und diese eigentlich nur für Windows gebaut ist oder für Mac oder so, auf jeden Fall nicht offiziell vom Hersteller für Linux unterstützt wird, kann ich euch eigentlich nur von diesen Programmen unter Linux abraten. Ihr werdet da in der Regel eigentlich erstmal nicht glücklich mit. Also, falls ihr eine Software professionell nutzt, die nicht offiziell für Linux unterstützt wird, kann ich euch in der Regel sagen, lieber Finger weg. Falls euch so ein Problem betrifft, dann könnt ihr jetzt rechts oben auch auf ein Video klicken. Dort wird gezeigt, wie ihr eine virtuelle Maschine einrichtet, wo euer Windows 10 draufläuft und wo dann auch teilweise eure Grafikeinheit ganz gut mitmacht, wobei so richtiges Hardcore Gaming kann man darunter dann natürlich nicht machen. Oder ihr betreibt eben ein Dualboot mit Windows, sodass Windows und Linux gleichzeitig auf eurem Rechner installiert sind und ihr eben am Start wählt, was besser ist oder was ihr gerade nutzen wollt. Und nutzt Windows zum Beispiel für die 2, 3, 4 Programme, habe ich zum Beispiel früher auch gemacht. Ähm, ja, mittlerweile seit Jahren habe ich gar kein Windows mehr auf meinem Rechner. Egal, das wäre es zu den groben Infos und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Ganz grob, äh, was ist denn überhaupt Wine, von dem ich vorher erzählt habe? Das ist kein Emulator, ganz wichtig, das ist eine Laufzeitumgebung, nennt sich das. Ja, so sieht die offizielle Webseite aus. Wine ist ein Open Source Projekt, womit man halt versucht, Windows-Programme so gut wie möglich auf Mac und Linux ausführen zu lassen. Natürlich auch nochmal ein paar andere Betriebssysteme, das wären aber erstmal die bekanntesten. Und viele Programme, wie zum Beispiel auch Play und Linux, was ich euch später zeige, basieren auf Wine. Also Wine ist ungefähr so das Urgestein und meistens auch die Essenz, wenn man irgendwelche Windows-Programme auf Linux laufen lassen will. Zum Beispiel auch Valve von Steam hat sich Wine genommen, hat das sehr modifiziert und Proton rausgebracht. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr jetzt rechts oben anklicken. Ansonsten schauen wir doch erstmal, wie wir überhaupt Wine installieren und ein ganz einfaches Programm, wie zum Beispiel 7zip, auf Linux zum Laufen bringen. Das heißt, ich wähle hier einmal rechts Download aus und ich wähle Ubuntu aus, in meinem Fall, auch wenn ich jetzt Linux-Wendin habe. Und jetzt müssen wir ein paar Befehle ausführen. Dazu öffne ich einfach mal den Terminal und setze den mal hier in den Vordergrund und gebe die Befehle erstmal nacheinander ein. Am Anfang erlauben wir auch 32-Bit-Bibliotheken. Das geht sehr schnell und dann müssen wir erstmal einen Schlüssel herunterladen, womit wir dann uns sicher sein können, wenn wir später eine Paketquelle hinzufügen, dass es dann auch die richtige ist und dass die dann nicht verändert wurde. Ich habe jetzt diese beiden Befehle direkt ausgeführt und jetzt kommt natürlich die Frage, welches Linux Mint haben wir jetzt oder welches Ubuntu haben wir jetzt. Das können wir hier nachschauen und jeweils das nehmen. Ich habe in meinem Fall Linux Mint 19.3 und genau, dann muss ich diesen Befehl ausführen. Ja, und das Witzige ist, ich habe es erst eben rausgefunden, die Linux Mint Version 19.3 hat einen richtig blöden Bug. Das ist wirklich absolut nicht vorzeigbar und da muss man wirklich mit den Linux Mint Entwicklern rumschimpfen. Die haben den Befehl apt-add-repository selber implementiert und da einen Fehler gemacht und das Ding von Ubuntu ersetzt und jetzt kann das Ding die Sachen nicht mehr lesen. Das ist richtig blöd, das heißt, wir müssen das manuell machen. Bei euch sollte das in eurem Fall eigentlich wunderbar gehen und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Wochen auf jeden Fall gefixt wird. Ansonsten wäre das traurig. Trotzdem zeige ich es für alle Leute, die es manuell machen wollen, gerne nochmal manuell. Alle, die diesen Bug haben, geben ein sudo nano etc apt sources.list. Wir bearbeiten am Ende nur eine Textdatei. Die öffne ich hier einmal und dann gehe ich hier einfach mal eine Zeile runter und kopiere genau diese Zeile hier einmal von dem Anführungszeichen bis zum anderen Anführungszeichen. Diese Anführungszeichen sollten hier nicht mehr vorhanden sein. Dann wählen wir Rechtsklick kopieren aus und hier einmal Rechtsklick einfügen und dann sollte das genau so hier dastehen ungefähr. Dann wählen wir einmal STRG O aus und STRG X. Fertig und dann können jetzt wieder alle gemeinsam eingeben, sudo apt update und nach kurzer Zeit ist das geschehen. Dann können wir hier natürlich jetzt drei verschiedene Branches von Wine installieren. Stable branch, das ist eben der Zweig, der erstmal am sichersten ist und die ausgereiftesten Funktion hat. Der Staging branch ist nicht ganz so sicher, hat aber viele neue Funktionen und der Development branch sollte nur für Entwickler da sein und ist top aktuell und hat alle neuesten Features, aber halt noch komplett mit Bugs und so weiter. Ich würde eigentlich allen erstmal, falls ihr nicht explizit den Staging branch installieren wollt, den Stable branch empfehlen. Das heißt, wir geben einmal diese Zeile hier wieder ein und geben die Eingabetaste ein und ihr seht 911 MB an Plattenplatz werden zusätzlich benutzt. Dann machen wir das doch mal und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn sich das installiert hat. Nun, Wine wurde fertig installiert. Dann würde ich sagen, installieren wir doch mal 7zip. Das heißt, ich hole mir hier einfach mal 7zip herunter und das richtige 7zip ist hier einmal unter 7zip.org zum Beispiel oder .de. Ich denke, die sind beide dieselben. Meistens, wenn die Seite nicht ganz so schön designt aussieht, dann seid ihr bei der originalen Seite. Und jetzt sehen wir hier, was wollen wir hier alles installieren und in meinem Fall will ich hier einmal Download Exe 64-Bit auswählen. Das wähle ich hier mal aus und wähle Datei speichern aus oder er fragt hier schon, wollen wir das mit diesem Wine Windows Programmstarter starten. Also einfach mit diesem Wine hier, ich mache das jetzt in meinem Fall sogar direkt, ich wähle OK aus und nach kurzer Zeit erscheint hier ein Fenster, wo steht, ja Wine wird soweit erstmal eingerichtet. Und jetzt kommen hier nach und nach ein paar Fenster an, wo gefragt wird, ob man verschiedene zusätzliche Pakete zu Wine noch installieren soll, wenn wir Wine das erste Mal starten. Das mache ich in meinem Fall, ich wähle Installieren aus und ja, das werden so alles 3, 4 verschiedene oder 5 verschiedene Fenster sein. Das mache ich mal schnell und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn 7zip soweit fertig ist, beziehungsweise falls ihr schon mal irgendwas rumgedoktert habt mit Wine und ihr komplett neu anfangen wollt, dann könnt ihr einmal in eurem persönlichen Ordner, STRG H drücken und den Punkt Wine Ordner hier einfach mal komplett löschen und dann, wenn ihr das nächste Mal Wine startet, richtet es sich auch nochmal komplett von vorne ein. Und ich sehe hier gerade, wir haben ja vorhin uns diesen Wine HQ.key Schlüssel heruntergeladen, das könnt ihr jetzt eigentlich löschen, den haben wir schon im System hinzugefügt, das muss hier nicht mehr rumliegen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn sich 7zip startet. Ja, das wäre es hier auch schon, ich wähle einmal Install aus und ja, fertig, wurde installiert und im besten Fall sollten wir hier jetzt unter Wine einmal direkt 7zip starten können. Ja, 7zip File Manager, genau, hätten wir ihn hier und dann haben wir jetzt hier ein Windows Programm, welches direkt auf Linux läuft. Eigentlich schon mal ganz gut, dass wir das hier direkt auch offen haben, so ein Windows File Manager, weil wie sieht denn jetzt diese Dateistruktur aus? Unter Arbeitsplatz haben wir hier einmal verschiedene Festplatten. C, das ist ein ganz bestimmter Bereich und der ist einmal unter .wine in eurem persönlichen Ordner, unter Drive C natürlich, ja. D ist dann einmal CD-ROM und Z ist dann euer persönlicher Ordner, beziehungsweise eure Linux Partition, ja. Die beginnt hier ganz am Anfang. Um auf euren persönlichen Ordner zu kommen, wählt ihr dann Home aus und dann einmal Jean und dann werdet ihr jetzt in meinem Fall in eurem persönlichen Ordner. Unter Dokumente kommt ihr dann direkt sogar zu euren Dokumentenordner auf eurem ganz normalen Linux, soweit ich weiß. Und unter Netzwerk, ja, ganz klar das Netzwerk. Und das wäre es erstmal dazu gewesen. Ja, und somit kann man ganz einfach ein Wine Programm erstmal laufen lassen. Aber manchmal muss man auch verschiedene Sachen hinzu installieren, zum Beispiel DirectX oder andere komische Sachen. Und wir können natürlich auch Wine so ein bisschen konfigurieren. Das zeige ich euch jetzt mal ganz schnell. Zum Beispiel, ich gebe im Terminal Wine Config ein, also Wine CFG. Manchmal gibt es hier auch dann direkt einen Programmstarter dafür. Gibt es jetzt in meinem Fall hier nicht im Menü. Könnt ihr euch einrichten, wenn ihr wollt. Oder ihr könnt ganz einfach, wenn ihr ein Terminal nicht öffnen wollt, auch hier. Wenn ihr Alt F2 eingebt und dann hier einmal Wine CFG eingibt, startet ihr auch direkt euer Wine Config. Und hier haben wir jetzt einmal verschiedene Reiter. Die könnt ihr mal alle durchgehen. Da zeige ich euch erstmal nicht alles mögliche. Ja, ihr könnt erstmal verschiedene Themen hier installieren. Oder, ja, auch nochmal verschiedene Ordner hier einstellen und Verknüpfungen. Grafikeinstellungen könnt ihr machen. Zum Beispiel, emuliere einen virtuellen Bildschirm. Oder Bibliotheken könnt ihr hinzufügen. Dann könnt ihr hier verschiedene neue Überschreibungen finden. Diese DLL-Files müssten das sein, wenn ich mir nicht irre. Und dann könnt ihr dann hier halt eben verschiedene Bibliotheken dann nochmal überschreiben oder verändern. Oder dann nochmal Anwendungen hinzufügen. Und dann hier natürlich auch nochmal die Windows-Version einstellen, wie das Ding ungefähr laufen wird. Aber erwartet da jetzt keine großen Wunder, wenn ihr jetzt hier Windows 10 eingibt, dass jedes Windows 10 Programm läuft. Ja, weil halt eben das Ganze nur eine Laufzeitumgebung ist und auf jeden Fall nicht vergleichbar mit einem richtigen Windows ist. Das nochmal vorgemerkt. Dann gibt es noch eine andere coole Anwendung und zwar WineTrix. Die wurde wahrscheinlich nicht mit installiert. Deswegen gebe ich ein sudo apt install WineTrix. Das mache ich jetzt in meinem Fall einfach mal. Wir sehen, wurde noch nicht installiert. Perfekt ist aber innerhalb kürzester Zeit installiert. Und dann geben wir WineTrix ein. Eingabe-Taste und nach kurzer Zeit öffnet sich hier einmal das Fenster. Und dann könnt ihr hier einmal verschiedene Bibliotheken nachinstallieren, ein Spiel nachinstallieren, ein Programm installieren, automatische Installation aktivieren, ein Benchmark-Test installieren. Alles mögliche oder Hilfe anzeigen auch. Das ist dann quasi nochmal, ja erweitert nochmal euer Wine und dann könnt ihr nochmal ein bisschen damit rumspielen. Aber zum Beispiel Spiel installieren und Programm installieren, würde ich euch hieraus eigentlich nicht empfehlen. Dafür würde ich euch Play on Linux empfehlen. Und dazu würde ich sagen, kommen wir auch jetzt. Das heißt, ich schließe hier einfach mal alles. Um Play on Linux zu installieren, wählen wir einmal in unserem Menü die Anwendungsverwaltung aus. Und geben einmal Play on Linux in der Suchleiste ein. Und dann finden wir das hier direkt und wählen Installieren aus. Und wir wählen Fortfahren aus. Und geben unser Passwort ein. Nach kürzester Zeit wurde Play on Linux installiert. Und dann wähle ich jetzt in meinem Fall Starten aus. Ja, und das wäre hier einmal Play on Linux. Play on Linux basiert auf Wine bzw. nutzt Wine und bietet automatische Installer für verschiedene Spiele, für verschiedene Programme an, die dann das Wine darunter so konfigurieren, dass eben das Programm so optimal wie möglich läuft. Und entweder können wir hier einmal ein Programm installieren oder hier oben. Ich würde sagen, das machen wir auch mal. Konfigurieren könnt ihr das Ganze auch, aber das könnt ihr auch später machen. Ich wähle Installieren aus. Und in meinem Fall wähle ich jetzt mal Büro aus und Elster-Formular aus. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier keine große Beschreibung. Falls ihr etwas mehr Infos haben wollt, ob das Ding überhaupt momentan läuft, könnt ihr einmal auf die Seite playonlinux.com gehen und einmal auf Supported Software gehen. Und ja genau, dann könnt ihr jetzt hier die verschiedenen Softwareprogramme auswählen. In meinem Fall öffne ich jetzt hier mal Office und wir schauen mal, ob Elster denn überhaupt läuft. Hier finden wir Elster, das ist eigentlich ungefähr genau die gleiche Sortierung wie auch im Programm selber. Und hier sehen wir, wunderbar, this installer has been approved by the team. Und hier sieht man direkt das Feedback, bei wie vielen Leuten es funktioniert hat und bei wie vielen Leuten es nicht funktioniert hat. Hier muss man allerdings sagen, ist tendenziell die Daumen-runter-Schiene viel, viel größer prozentual gesehen als die Daumen-Hoch-Schiene, weil natürlich, wenn etwas nicht funktioniert, dann googelt man, dann kommt man hier drauf und sieht so, ach, da kann ich Feedback geben, gebe ich direkt mal einen Daumen runter, ganz klar. Und die Leute, bei denen es funktioniert, die googeln ja danach nicht nochmal und stoßen da zufällig drauf. Ja, aber trotzdem ist das ein ganz guter Indikator, wenn hier irgendwie 40, 50 Daumen runter sind und vielleicht nur 20 Daumen hoch, dann wird das wahrscheinlich nicht hinhauen, beziehungsweise würde ich mal nicht so viel Hoffnung dahin setzen. In meinem Fall setze ich jetzt mal ein bisschen mehr Hoffnung, ich wähle Elster-Formular aus und wähle Installieren aus. Jetzt öffnet sich so ein Assistent und hier werden nochmal verschiedene Instruktionen gegeben, die könnt ihr euch gerne irgendwann mal durchlesen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann wähle ich Weiter aus und hier kommt dann nochmal eine Warnung, dass halt eben Play und Linux nicht zu Vine gehört und ja, dass jeder Computer halt ein bisschen anders ist und dadurch das Programm theoretisch auf deinem Rechner nicht funktionieren könnte, obwohl es bei allen anderen funktioniert. Ansonsten öffnen wir hier einmal unseren Installer. Ich wähle Weiter aus. Und in meinem Fall kommt hier jetzt wirklich die Meldung, leider ist Play und Linux zu alt, um fortzufahren. Damit herzlich willkommen in der Ubuntu- und Linux-Mint-Welt. Wenn ihr eine Ubuntu-LTS-Version habt oder Linux-Mint habt, dann kriegt ihr meistens etwas ältere Software ausgeliefert, als sie momentan verfügbar ist. Jetzt ist die Frage, wie umgehen wir das Problem? Das können wir natürlich umgehen. Und dazu müssen wir jetzt ein bisschen in das System eingreifen, beziehungsweise verschiedene Sachen vornehmen. Im ersten Fall gebe ich ein sudo apt perch play on Linux und gebe am Ende noch ein Sternchen ein. Damit entfernen wir komplett Play on Linux. Das können wir hiermit auch machen. Das können wir eigentlich theoretisch in der Anwendungsverwaltung direkt über Entfernen machen, aber weiß ich nicht, ich mache das immer gerne über den Terminal. Wir geben unser Passwort ein und geben die Eingabetaste ein. Nochmal die Eingabetaste und das Ganze wird entfernt. Ja, wie bekommen wir jetzt eine aktuellere Version drauf? Dazu öffne ich hier in meinem Webbrowser die Play on Linux Homepage und wähle I'd like to download Play on Linux aus, Download Page. Und hier wählen wir erstmal Ubuntu aus. Und jetzt müsst ihr wissen, was für eine Ubuntu-Version ihr habt oder auf welcher Ubuntu-Version euer Linux-Mint basiert. Linux-Mint 19.3 basiert auf der Ubuntu-Bionic-Version, das ist die 1804. Ubuntu-Versionen haben immer so einen Code-Närmen, wenn man so will. Entweder ihr macht das super sauber, downloadet euch einen Schlüssel und fügt diese hinzu, genauso wie wir es ja bei Wine vorhin auch gemacht haben, fügen auch einmal unser PPA hinzu. Dieser Befehl funktioniert ein bisschen anders, funktioniert aber auch grandios und funktioniert sogar unter Linux-Mint 19.3. Dann einmal eure Paketquellen aktualisieren und danach dann einmal Play on Linux installieren. Wenn ihr jetzt seht, das Programm installieren unter Linux ist ja so schwierig, das ist ja so komisch. Was ist denn das? Da könnt ihr jetzt gerne mal rechts oben auf das Video klicken. Dort gebe ich euch einen Grundkurs innerhalb einer halben Stunde, wo ihr so ziemlich alle Möglichkeiten mitbekommt, wie man ein Programm installiert und was man da alles beachten muss und alles mögliche. Kann ich euch nur empfehlen, wenn euch das gerade ein bisschen zu viel ist. Falls euch das hier zu viel ist, beziehungsweise ihr gerade gar nicht wisst, welche Version brauche ich denn jetzt? Könnt ihr ganz einfach hier DEB-Files auswählen. Unter Ubuntu bieten sie uns hier direkt ein .deb-File an. Den wählen wir aus und wir öffnen mit GDB-Paket Installationsprogramm aus und wählen OK aus. Ja, das Problem in dem Fall ist, dass, das können wir schließen, das Fenster, dieses Programm dann nicht aktualisiert wird automatisch, sondern ist jetzt einfach nur ein Programm, was wir jetzt quasi installieren, welches aber nicht erstmal so Updates bekommen wird. Das ist immer ein bisschen kritisch bei .deb-Paketen, ansonsten funktionieren die in der Regel auch ganz gut. Hier könnte es sein, dass jetzt die Installation von drei Paketen unsere Paketverwaltung jetzt schreddert, weil Play on Linux andere Programme braucht, die hier schon auf Linux Mint dann verfügbar sind. Allerdings könnten diese Nebenprogramme von Play on Linux dann auch veraltet sein. Da muss man dann halt mal schauen, aber eigentlich bin ich jetzt in der Hinsicht einer ganz guten Hoffnung, dass das hier funktioniert. Ihr seht, hier müssen wir schon ein bisschen in die Materie von Linux und das ist das Problem, nicht unbedingt von Play on Linux, sondern tatsächlich von Ubuntu und Linux Mint, weil die halt von der Software etwas träge sind. Das hat seine Vorteile, dann sind nicht so viele Bugs weiter vorhanden und die ganzen Systeme laufen stabiler. Das ist aber eben der Preis, den man dafür zahlt. Dass man halt jetzt hier in diesem Extremfall wirklich dann nochmal eine weitere Installation braucht und jetzt haben wir uns die aktuellere Version von Play on Linux installiert. Ja, andere Systeme wie zum Beispiel Manjaro oder Arch sind da viel, viel besser aufgestellt, wobei ihr da dann ganz andere Probleme habt und das ist wirklich nur für fortgeschrittene Nutzer. Ich öffne jetzt hier einfach nochmal Play on Linux und ja, jetzt wird hier gefragt, wollen wir hier einmal unsere Daten mit denen teilen, ganz einfach halt. Und dann wird gefragt, was sie hier ungefähr geteilt haben wollen, kann man hier zustimmen oder nicht. In meinem Fall stimme ich jetzt hier nicht zu. Und wir sehen in meinem Fall jetzt nochmal einen Fehler, das schneide ich jetzt alles nicht raus, weil das könnte euch ja auch begegnen. Wenn Play on Linux kann Xterm nicht finden, sie sollten es installieren, um Play on Linux verwenden zu können, dann ja, machen wir das doch mal. Ich öffne nochmal den Terminal und gebe sudo apt install Xterm ein. Xterm ist eigentlich so ein zweites Terminalfenster oder ein Programm, was halt eben so ein Terminal inne hat, was jetzt halt nicht so advanced ist, würde ich mal sagen, wie hier einmal der Gnome Terminal. Dann schauen wir jetzt nochmal, ob es jetzt funktioniert. Ich wähle installieren aus Büro, Elsterformular und ich wähle installieren aus. Jetzt genau, das haben wir schon alles gesehen. Weiter, weiter. Der Installationsassistent öffnet sich. Wir wählen weiter aus. Und wir sehen wunderbar, der Installationsassistent macht das Ganze jetzt vorbildlich und macht das jetzt alles automatisch und installiert die richtige Wine-Version und schaut, dass er das richtig einrichtet. Und in der Regel wird euer normales Wine in eurem persönlichen Ordner, was wir vorhin schon gehabt haben, nicht dadurch angerührt. Es wird quasi ein komplettes neues Windows-System nur für einmal jetzt in unserem Fall Elster erstellt. Und Microsoft-Fonts aren't installed. I'll install them for you. Okay, Microsoft-Fonts wurden nicht installiert bei uns. Können wir jetzt hier ganz einfach installieren. Jetzt sollten wir hier der EU-Lauf von den Microsoft-Fonts zustimmen. Die sind gerade ganz schön hilfreich. Leider nicht da. Ja, sucht sie dann vielleicht im Internet oder sowas. Ich wähle jetzt hier mal, ich stimme zu und weiter aus. Und ja, ihr seht hier, blickt man jetzt schon etwas hinter die Fassaden von Linux rein, das manchmal nicht ganz so schön und rund läuft. Wobei ich muss euch ganz ehrlich sagen, in diesem Video habe ich schon so viele Bugs jetzt in den verschiedenen Programmen gefunden, beziehungsweise Probleme gefunden, wie ich normalerweise im normalen Linux-Alltag in einem Monat oder sowas nicht finde. Also ja, das ist jetzt schon alles ziemlich zusammengehäuft. Also ja, schlimmer könnte es noch werden, aber wird es eigentlich in der Regel absolut nicht. Aber Linux wird halt eben am Ende nur von einer Community entwickelt, die halt am Ende auch teilweise nur verschiedene Sachen machen wollen, die ihnen Spaß machen, beziehungsweise ja, halt alle nur als Hobby machen, beziehungsweise viele nur als Hobby machen. Und dadurch solche Programme, wie wir hier sie installieren und wie sie funktionieren, teilweise etwas fehlerhaft sein können. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich wähle Herunterladen des Programms in meinem Fall aus. Ich habe jetzt die Setup-Datei nicht auf meinem Computer schon gespeichert. Ich wähle weiter aus und jetzt können wir hier einmal einstellen, welche wollen wir denn hier auswählen. Ich wähle in meinem Fall Privatanwender aus. Ich wähle weiter aus und jetzt öffnet er, beziehungsweise lädt er uns die richtige Datei herunter und installiert das direkt. Ja, wunderbar. Willkommen beim Setup von Elster-Formular. Ich wähle weiter aus und jetzt müssen wir dem Lizenzvertrag hier zustimmen. Der DSGVO. Wer kennt sie nicht? Ich wähle weiter aus. Ich wähle weiter aus. Hier, ganz wichtig, sollten wir keine Änderungen oder sowas vornehmen, wo wir das sonst noch installieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sollten hier eigentlich am besten nur weiter und weiter und weiter auswählen. Und am Ende schauen, dass wir das Programm nicht direkt starten. Ja, meistens kann man am Ende von der Installation das Programm direkt starten. Das sollten wir dann natürlich auch abwählen. Ja, stand in den Hinweisen zuvor. Wunderbar. Die Installation von Elster-Formular ist abgeschlossen. Und jetzt hier sehen wir diesen Haken. Den müssen wir ganz, ganz wichtig deaktivieren. Und wir wählen Fertigstellen aus. Und ja, genau. Jetzt wartet er hier, bis Elster-Formular fertig installiert wurde. In der Regel erkennt er das gleich, dass das Programm geschlossen wurde. Und perfekt. Wunderbar. Elster-Formular ist nun hier da. Und wir können das Elster-Formular starten. Play und Linux bietet uns auch noch viele, viele weitere Features. Zum einen hier einmal eine Fehlerdiagnose bei dem Programm, Konfigurationen, ein Starter, das Verzeichnis durchsuchen, das Handbuch sogar durchlesen oder noch verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel können wir uns auch unser eigenes Programm manuell installieren. Dazu wähle ich, installiere mein Programm aus, installiere ein Programm, das nicht aufgelistet ist, aus. Und dann können wir hier tatsächlich dann auch die Wine-Version und alles mögliche auswählen und verschiedene nochmal Packages. Und da könnt ihr euch wirklich rein, ich sag mal, legen dann dadurch. Aber ja, diese beiden Optionen mit Wine und Play und Linux sind meiner Meinung nach eine der schwierigsten Installationsoptionen von Wine-Programmen. Ja, Lutris oder Steam Proton oder sowas. Ja, nehmt euch eigentlich die ganze Arbeit ab. Und ja, ihr drückt meistens nur auf Spielen und dann funktioniert das sofort. Aber ja, jetzt habt ihr hoffentlich ein bisschen was gelernt, wie man Windows-Programme installiert. Ihr habt hoffentlich einen Überblick bekommen und auch einen Einblick, wenn es doch mal nicht unbedingt so funktioniert, wie man denn unbedingt gleich am Anfang will. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was für Programme ihr mit Wine so am Laufen habt, beziehungsweise zum Laufen bekommen habt, welche ihr nicht zum Laufen bekommen habt, welche Programme ihr zum Beispiel vermisst und ihr Alternativen sucht. Oder ja, einfach auch gerne mal das Feedback zu diesem Video hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.